.. .. Warst du schon mal bei mir? Ja. Warst du schon mal bei mir? Ja. Das ist eine Lippe. Das weiß ich auch nicht. Ja, aber viel weiter hinter mir. Ja, schon. Da schiebt man sich. Auch nach vorne. Das weißt du wohl. Warst du schon mal bei mir? Warst du schon mal bei mir hier? Ja. Warst du ja auch nicht weiter? Ja, ich kann nicht weiter. Und das ist die Heimat. Ich bin in die Stadt. Ich bin in die Stadt. Sie gehen in die Stadt. Sie gehen in die Stadt. Sie sind in die Stadt. Sie sind in die Stadt. Ich verstehe nicht. Sie wollte mir etwas ausmachen. Sie wollten etwas ausmachen. Ich wollte es einfach mit das Eis. Ich wäre wahrscheinlich mit Selina auf Kompifreizeit in ein Zimmer gegangen. Und sie ist ja in Ordnung. Und Linn ist ja in Ordnung. Und Linn ist so ganz schnippelig. Das heißt, du bist einer so verständlich. Du gehst auf Kompifreizeit mit der in ein Zimmer so, auf die Art. Und sie... Selina hat nur die Augenpässe. Ja, nein, was dagegen? Ich verstehe mich. Was ist denn? Ich glaube nicht. Außerdem kennen Sie die noch nicht. Außerdem kennen Sie die noch nicht. Außerdem kennen Sie die noch nicht. Sie müssen die noch nicht verlängern. Das ist egal. Also ich hab's noch alle, weil das nicht verlängert ist. Wann haben wir den Konformationspreizeit? Ja, also das war von den neuen Konformaten. Ich bin als Mitarbeiter damit gefahren. Da fahr ich auch wahrscheinlich mit. Da fahr ich auch wahrscheinlich mit. Die will ich zum ganzen drei Tage. Nein, vier. Das ist ja so. Das ist ja so. Nächster Halt, Rehau. Sehr geehrte Fahrgäste, im Platz erreichen wir unseren Endwahnhof. Schön, dass Sie heute unser Gast waren. Wir verabschieden uns von Ihnen. Bitte vergessen Sie beim Aussteigen keine persönlichen Dinge im Zug. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Wieder. Wieder. Wieder alle aussteigen. Wieder auch mal aussteigen. Einmal Fuß raus setzen und wieder rein. Gleis 2. Einfahrt AG RB 95 von Ho. Hauptbahnhof. Über Oberkotzau. Abfahrt 14.05 Uhr. Vorsicht bei der Eintracht. Ausgehend Operation. Hier befindet sich aber hier oben in Wäthsch. Zwischen ja so auf alle BETER Justice. Wir brauchen eine abeinanderlageع士 weil wir unsere Kinder sind. Wir brauchen eine really finesse 많은 Musiker von den demasiado von Agilis begrüßt Sie herzlich auf der Linie RB95. Bitte erlösen Sie Vorfahrtattritt eines kürzigen Fahrscheinen. Nehmen Sie, falls erforderlich, den Namenseintrag vor. Einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Das Zugteam von Agilis begrüßt Sie recht herzlich in der RB95 auf dem Weg von Rehau nach Hof Hauptbahnhof, mitteilt unter anderem im Wurlitz und Oberkotzau. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise, nix abermäßig Gehalt unseres Zuges Wurlitz, Bedarfshalt. Nächste Station Wurlitz. Zug hält nur bei Bedarf. Zum Aussteigen bitte Haltewunschtaste drücken. Wurlitz. Wir begrüßen auch in Wohldes die zugestehende Fahrgäste in der RB95 von Agiles auf dem Weg nach Ruf, Hauptbahnhof über Oberkotzer Höchst. Schnee in eine angenehme Reise. Nächster Bärmsel ist jetzt geschnallt Oberkotzer. Sehr geehrte Frage ist, in wenigen Minuten erreichen wir Walker zu ihrer dortigen Anschlüsse E31 nach Hochfahrbahn um 14.11 Uhr von Gleis 3. Dieser Zug hat aktuell eine Verspätung von 8 Minuten. Die Abfahrt dieses Zuges ist um 14.19 Uhr. AGRB 96 nach Selbststadt um 14.24 Uhr Gleis 2. AGRB 97 nach Bayreuth um 14.28 Uhr Gleis 5. AGRB 97 nach Bad Steben um 14.32 Uhr Gleis 3. Dieser Zug hat aktuell eine Verspätung von 7 Minuten. Die Abfahrt ist somit erst um 14.39 Uhr und zu einer AGRB 95 nach Hof-Hauptbahnhof um 14.47 Uhr Gleis 2. Wir verabschieden uns von allen Um- und Aussteigenden Fahrgästen. Wir danken uns für Ihr Reitenden Zug von AGRB 97. Auf Wiedersehen und bis bald. Der Ausstieg in Oberkotzhaus in Fahrtrichtung links. Nächster Halt Oberkotzhaugen. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Anger Die Kirche Vielen Dank für's Zuschauen.